Hoch hinaus, der Auslandsjahr-Podcast von Kulturwerke Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hoch hinaus, der Auslandsjahr-Podcast. Heute wieder mit einer ehemaligen Teilnehmerin, die bei uns zu Gast ist. Und gemeinsam wollen wir heute so ein bisschen über das Thema Freundschaften, Freunde finden, im Auslandsjahr sprechen, was sicherlich viele von euch interessiert. Dazu habe ich mir die liebe Ava eingeladen. Magst du dich vielleicht einmal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Ava, ich bin jetzt 18 Jahre und ich war in Australien im Auslandsjahr. Ich glaube, der große Traum von ganz, ganz, ganz vielen. Absolut, ja, total. Magst du vielleicht nochmal erzählen, wie lange warst du insgesamt da? Also ich wollte eigentlich sechs Monate und dann habe ich im Endeffekt es doch noch ein bisschen verlängert, weil es mir so gut gefallen hat. Und ich war dann im Endeffekt, glaube ich, neun Monate und habe dann noch so ein bisschen Reisen gemacht und sowas, ja. Sehr schön. Also hat es dich so überzeugt, dass du gesagt hast, nee, ist mir noch nicht genug, da muss ich noch ein bisschen was dranhängen. Ja, total, ja. Okay, das klingt schon mal sehr vielversprechend, würde ich sagen. Genau. Ja, unser großes Thema heute, Freundschaften schließen im Auslandsjahr. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist es, glaube ich, ein Thema, was jeden Teilnehmer betrifft, der irgendwie im Ausland war oder vorhat, ins Ausland zu gehen. Denn man macht sich natürlich Gedanken, wie wird das sein? Ich komme da vermutlich erstmal alleine hin, habe niemanden, kenne niemanden und ich muss dort wirklich mir einen neuen Freundeskreis irgendwie aufbauen. Natürlich macht man sich viele Sorgen, viele Gedanken, aber ich glaube, grundsätzlich macht man sich meistens zu viele Gedanken und es läuft dann vor Ort eigentlich viel besser, oder? Wie war das bei dir so? Hast du dir im Vorfeld auch Gedanken gemacht? Ja, total. Also ich dachte mir auch, das wird bestimmt so schwer und auch so, weil es halt eine ganz andere Kultur ist und einfach, das funktioniert alles ganz anders als hier. Aber im Endeffekt sind das ja auch nur Menschen und so, die sind auch immer total glücklich, Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und die wollen natürlich auch wissen, so, was machst du hier und woher kommst du und alles Mögliche. Von daher, man macht sich wirklich zu viele Gedanken und nach einer Weile geht das einfach. Da findet man einfach total viele Freunde und ich muss sagen, am Anfang ist es am einfachsten, einfach Freundschaften zu schließen mit auch anderen Teilnehmern aus anderen Ländern. Manchmal hat man auch Glück und dann gibt es auch nochmal jemanden aus Deutschland und dann ist das auch immer schön. Dann hat man erstmal jemanden, der halt auch ein internationaler Schüler ist und dann irgendwann kommen dann halt die einheimischen Freunde. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade ansprichst. Ich habe da auch die Erfahrung mit unseren Teilnehmern in den vergangenen Jahren gemacht, dass es total in Ordnung ist, wenn man am Anfang eben jetzt noch nicht die einheimischen Freunde aus dem jeweiligen Gastland hat, sondern dass man wirklich erstmal schaut, okay, da sind andere Internationals, die sind in derselben Situation wie ich gerade. Die sind auch auf der Suche nach Freundschaften und die wissen irgendwie auch nochmal ganz anders, was man vielleicht selber gerade durchmacht, welche Herausforderungen so ein Auslandsjahr auch mit sich bringt. Ich persönlich finde das auch total gut, wenn man gerade zu Beginn Freundschaften zu Internationals knüpft. Hattest du denn vielleicht da auch am Anfang trotzdem erstmal so diesen Gedanken, oh nee, das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte ja unbedingt einheimische Freunde, weil ich glaube, viele Teilnehmer machen sich da selber auch extrem so einen Druck. Ja, also das Ding ist, unsere Koordinatorin da in Australien, die hat auch immer gesagt, so hängt nicht so viel miteinander ab. Die meinte halt die ganze Zeit, dass in den Pausen, dass die Internationals dann alle in, es gibt so ein International Hub, das ist so ein kleines Zimmer und da gibt es dann auch immer so Besprechungen und Meetings. und da sind dann alle immer in den Pausen hingegangen, weil die halt noch keine Freunde hatten und man will ja auch nicht einfach wie doof auf dem Schulhof rumsitzen alleine und deswegen sind halt alle in dieses Zimmer gegangen und saßen dann da zusammen mit den Internationals und haben dann halt auch erstmal so erzählt, woher die alle kommen und man macht halt das Gleiche durch wie die anderen und deswegen, das passt halt gut und ja, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, weil es war irgendwie schwierig, die Australier waren nicht so ganz offen am Anfang und man muss aber auch verstehen, so in dem Alter, so 16, 17, da hat man halt schon so seine Freundesgruppe und da ist man jetzt nicht so, ich suche mir jetzt noch mehr Freunde und deswegen, das war ein bisschen schwierig, man musste halt einfach offen sein und selber dann auf andere Leute zugehen, auch wenn das schwer ist. Ja, definitiv eine Herausforderung, gerade zu Beginn dann, vor der man wirklich steht. Aber du hast natürlich recht, also ich meine, wenn wir uns jetzt mal hingegen in die Lage der Australier in deinem Fall versetzen, na klar, also die haben natürlich Freundschaften, die sind da nicht neu, die kennen sich aus, die kennen vielleicht auch ihre Freunde gegebenenfalls schon irgendwie wirklich seit klein auf. Ganz genau, ja. Ja, und theoretisch kann man sich jetzt denken, warum sollten die überhaupt nochmal Interesse an wem anders haben? Die haben ja dort schon so ihr Leben, ihren Freundeskreis, ne? Also kann ich durchaus auch verstehen, dass die jetzt vielleicht nicht mit offenen Armen auf jemanden zugelaufen kommen und sagen, hey, du bist neu, schön, dass du da bist, ne? Total, ja. Möchtest du irgendwie mit mir befreundet sein, sondern dass man dann wirklich als die Person, die eben neu dort ankommt, eher offen sein muss, ne? Und da so ein bisschen auf die zugehen muss. Hat dich das denn abgeschreckt, als du am Anfang so gemerkt hast? Die wirken jetzt gar nicht so offen. Hat dich das irgendwie enttäuscht oder so? Also ich würde nicht sagen, dass es mich enttäuscht hat, aber klar, es hat mich am Anfang so ein bisschen, nicht schockiert, aber so, klar, es hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und ich konnte da natürlich dann gut mit den anderen Internationals drüber reden, weil bei denen war das genauso. Aber die Jungs, die haben natürlich immer direkt irgendwelche Kumpel gehabt. Das war immer lustig, weil die einfach total offen sind und einfach auch Leute zugehen. Mädchen sind da vielleicht noch ein bisschen schüchterner. Also kommt natürlich auch auf die Person an. Aber ja, in manchen Stunden, also in manchen Unterrichtsfächern, da kamen dann halt einfach Kinder zu mir und haben dann einfach so gesagt, hey, wer bist du, woher kommst du und so. Und haben sich dann auch neben mich gesetzt oder so. Und in manchen Fächern, da saß ich dann da einfach ganz alleine und dachte mir so, was mache ich jetzt hier? Aber nach einer Weile geht das dann und dann hatte ich auch wirklich in jeder, in jedem Fach hatte ich dann auch eine Freundin oder einen Freund, keine Ahnung. Ja, das braucht wirklich Zeit, das muss man sagen. Und man ist da so ein bisschen ungeduldig und kriegt dann immer direkt Angst, aber das klappt. Das Beste ist, wenn man irgendjemand von den Internationals bei sich schon in einer Fach hat und dann hat man direkt jemanden, mit dem man sitzen kann zusammen. Und dann ist es auch einfacher, so zu zweit Freunde zu finden. Okay, ich wollte gerade schon sagen, vielleicht ist das ja auch irgendwie nochmal so ein Tipp, hey, okay, man kann sich vielleicht ja auch einfach zusammentun. Und dann fällt es einem nicht mehr ganz so schwer, über den Schatten zu springen und so die eigene Komfortzone irgendwie ein Stück weit zu verlassen. Absolut, ja, total. Was würdest du denn sagen, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, wie lange hat es so ungefähr bei dir gedauert, bis du dann wirklich in jedem Fach irgendwie jemanden hattest, wo du wusstest, okay, wir können uns zumindest irgendwie unterhalten. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht dann die beste Freundin oder der beste Freund war. Ja, also ich muss sagen, das ist unterschiedlich, weil bei mir war das auch so, dass ich erstmal ein Fach ausprobiert habe und dann hat mir das im Endeffekt nicht gefallen und dann bin ich gewechselt. Und deswegen, da hatte ich dann zum Beispiel in dem Einfach schon jemanden, den ich kannte und dann bin ich aber gewechselt und dann musste ich wieder jemanden neuen kennenlernen. Aber es hat bei mir so zwei Wochen gedauert und so, man muss einfach wirklich offen sein. Und du setzt dich einfach neben jemanden, nicht so dann die denken, ach, ich setze mich jetzt alleine da irgendwie hinten in die Ecke, sondern einfach neben irgendjemanden sehen, der, keine Ahnung, nett aussieht oder so oder jemand, den man schon mal auf dem Schulhof gesehen hat. Und deswegen, ich würde sagen, das hat so zwei, drei Wochen gedauert und dann war das auch gar kein Problem, ja. Eigentlich ja dann gar nicht so lange, wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, wie lange du insgesamt vor Ort warst. Ganz genau, ja wirklich. Also ich glaube, es ist ja gar nicht so lange, aber es kommt einem dann selber einfach nochmal sehr viel länger vor. Boah, man ist, wie du schon sagst, natürlich ungeduldig, ne, man denkt sich irgendwie, oh Gott, ne, ich bin schon eine Woche hier, ich habe noch keine Freunde gefunden, ne. Total. Und das fühlt sich ja auch einfach nicht schön an. Also das ist ja auch einfach, ja, schwierig, das irgendwie so zu akzeptieren, dass man da jetzt irgendwie in dieser Position ist, dass man eben noch keine Freunde hat, ne. Ja. Ich denke, die meisten kennen es ja von zu Hause auch anders. Also man hinterlässt ja auch zu Hause gute Freunde. Ganz genau. Ja, dann doch wieder auf sich selbst gestellt zu sein, sich nicht irgendwie direkt austauschen zu können. Und da können sich dann zwei Wochen vielleicht doch auch schon ganz schön lang anfühlen, ne. Total. Ja, man wird einfach ungeduldig. Okay, also wir halten schon mal fest als Tipps, okay, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, ne. Ja. Und es wird mit der Zeit definitiv besser. Total. Zu zweit vielleicht nochmal das Ganze auch wirklich angehen, dass man sich nicht ganz so alleine fühlt, ne. Ganz genau. Um irgendwie Leute anzusprechen. Ja, und einfach von selber auch so ein bisschen die Offenheit mitbringen und da wirklich, ja, sich neben jemanden setzen, ne. Nicht sich irgendwie zurückziehen oder vielleicht, ja, auch mal irgendwie eine Frage zu stellen oder sowas, ne. Genau, ja. Damit man einfach irgendwie ins Gespräch kommt, ne. Genau. Hattest du da irgendwie so Punkte, wo du dir vielleicht manchmal gedacht hast, ich habe jetzt sogar verstanden, was ich machen soll, aber ich frage jetzt einfach irgendwie meinen Sitznachbar nochmal, damit wir irgendwie reden können oder so. Ich habe sowas ähnliches gemacht, also ich war in, das war in Hospitality, das ist so, wo man kochen lernt und da habe ich dann einfach, weil ich zum ersten Mal in diesem Fach war, weil ich halt gewechselt hatte, da habe ich einfach so ein Mädchen, was neben mir saß, die war die ganze Zeit am Quatschen, habe ich die einfach so gefragt, und ist die Lehrerin eigentlich nett und ist das Fach leicht, kann man da keine Ahnung was lernen und so. So, ich habe die einfach gefragt, so wie das alles läuft und dann hat die mir einfach erzählt und dann beim nächsten Mal hat die mich auch Fragen gefragt, so woher kommst du und dann meinte sie auch so, oh wow, erzähl mal und so und deswegen, das klappt. Ja, war die Neugier dann geweckt. Ja, genau, ja. Cool. Generell würdest du sagen, waren die schon sehr neugierig, so auch über dich, über Deutschland, über vielleicht auch die deutsche Schule irgendwie was zu erfahren? Ja, schon, also die waren total überrascht, dass ich so erzählt habe, so in deutschen Schulen hat man manchmal 13, 14 Fächer. Ja, die haben da alle vier oder fünf, da waren die schon so wow und dann habe ich auch erzählt, so wie viel schwieriger die deutsche Schule ist und vor allem so Fächer wie Mathe, wie viel schwieriger das ist und das hat die schon echt interessiert und manchmal kriegt man auch so Fragen so über den Krieg und sowas und ich so, was? Das war ein bisschen random, aber ja, man kriegt echt witzige Fragen manchmal, aber es war echt interessant, ja. Ja, cool und vor allem auch eine tolle Möglichkeit irgendwie dann in Kontakt zu kommen. Ja, total. Gerade wenn es vielleicht auch so witzige Fragen sind, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus auch irgendwie so ein kleiner Eisbrecher sein kann. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja und dann einfach irgendwie, keine Ahnung, nach dem Instagram fragen oder nach Snapchat oder so und dann kann man auch so in Kontakt bleiben. Und ich habe dir dann auch im Endeffekt erzählt, so wenn du mal irgendwann nach Europa kommst, so schreib mich an und dann kann ich dir irgendwas erzählen oder du kommst mich besuchen oder so. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, wie dort so ein bisschen die Kontaktaufnahme stattfindet. Was würdest du sagen, was nutzen die Australier besonders irgendwie? Ist das so Snapchat, ist das Instagram? Haben die vielleicht noch irgendwas anderes? Also ich würde sagen, Instagram ist bei denen nicht so ein großes Ding. Die haben schon alle Instagram, aber die benutzen das nicht ganz so viel. Ich würde sagen, Snapchat benutzen die auf jeden Fall am meisten. Ich würde sagen, Be Real vielleicht auch, aber so, das ist auch schon so ein bisschen out. Ja, ich würde sagen, Snapchat ist wirklich am einfachsten, aber Instagram auch, ja. Ja, ist ja gut zu hören, also auch für alle, die da noch vorhaben, ins Ausland zu gehen. Total. Sich da vielleicht im Vorfeld schon mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen oder vielleicht auch vor allem dann ja vor Ort auch nicht überrascht zu sein, wenn dann jemand ankommt und sagt, wie ist denn dein Snapchat-Name? Genau, genau. Also ich würde jetzt behaupten, es ist ja jetzt hier bei uns in Deutschland nicht ganz so üblich, dass man sich so darüber irgendwie direkt von Beginn an austauscht oder dass man dann wirklich so irgendwie einfach nur nach dem Namen fragt, obwohl man sich vielleicht noch gar nicht so kennt. Ja, total. Ja, dann wissen wir da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Genau. Das heißt, du hast dann tatsächlich, ja, durch deine verschiedenen Unterrichtsfächer auf jeden Fall so ein paar Kontakte knüpfen können und hattest du auch irgendwelche Sportmöglichkeiten oder irgendwelche anderen Clubs, worüber du dann auch nochmal andere Leute vielleicht sogar kennengelernt hast? Also bei mir war das so, ich habe außerhalb von der Schule, habe ich Ballett gemacht und zwar war das direkt gegenüber von meiner Schule, war so eine ganz tolle Dance Academy hieß das. Ach, wie cool. Wirklich wie diese Show. Ja, es hört sich wirklich an wie im Film. Ja, genau. Und da war ich, da habe ich auch ganz nette Leute kennengelernt. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das war so eine sehr professionelle Schule und da waren wirklich manche, die da 30 Stunden die Woche hingehen, die machen das wirklich als professionellen Job und ich habe mich da ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil ich halt das einfach nur als Hobby mache. Und ja, aber das war echt krass, das war aber trotzdem cool, weil du halt auch wirklich dann nur Einheimische kennenlernst und sonst in der Schule habe ich jetzt nicht irgendwie so einen Club. Die hatten auch so ein Tanzprogramm, da habe ich dann aber nicht mitgemacht, weil ich halt schon bei dieser Schule war und ansonsten habe ich dann nichts gemacht so von Sport, aber ich würde sagen, die andere beste Möglichkeit, wie man Freunde finden kann, ist durch Klassenfahrten. Und zwar hatte meine Schule einen Trip organisiert zu einer Insel, das hieß Heron Island und das war mega cool. Da habe ich mega viele Leute kennengelernt und da kommt man sich einfach nochmal näher, weil man dann ja wirklich aufeinander hockt. 24-7, man lebt zusammen. Also sehr, ne? Ganz genau. Und man ist nicht nur von 8 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 3 Uhr zusammen in der Schule, sondern man lebt zusammen, man isst zusammen, man macht Aktivitäten zusammen. Und da habe ich auch nochmal ganz andere Leute kennengelernt, weil das war nicht nur für Internationals, es gab nämlich auch so nur für Internationals so Ausflüge. Das war wirklich für die Australier und da durften Internationals mitkommen. Ah, okay. Und das war total cool, weil da habe ich wirklich so viele Leute, die ich noch nie auf der Schule gesehen habe, einfach kennengelernt. Und das war wirklich richtig lustig. Okay, verstehe. Ja, sehr schön. Aber das ist ja auch nochmal ein guter Tipp, also wenn sowas angeboten wird, einfach Ja zu sagen und das Ganze mitzunehmen. Wenn man die Möglichkeit schon hat. Das ist wirklich das Wichtigste, einfach Ja sagen zu allem. Wenn dich irgendjemand fragt so, willst du nach der Schule mit mir zum Strand gehen oder sollen wir uns mal treffen? Ja, einfach sag direkt Ja, weil alles ist eine super Möglichkeit und einfach offen sein. Ja, cool. Ja, ich glaube, dann kommen wir so ein bisschen zum Thema, was so zu Freunde oder Freundschaften so ein bisschen dazugehört. Thema Freizeitgestaltung. Ja. Weil du hast dann Kontakte geknüpft, es sind erste Freundschaften entstanden. Was macht man denn so im Auslandsjahr mit seinen Freunden? Also, das kommt natürlich total drauf an, wo man ist. Aber in Australien war auf jeden Fall ein großes Ding, weil die meisten 17 waren. Manche waren auch sogar schon 18, aber so in meiner Stufe waren die meisten 17 und mit 17 hast du einen Führerschein und schon dein erstes Auto. Also, das ist wirklich Standard dort und viele sind auch mit dem Auto schon zur Schule gekommen und die machen dann nach der Schule einfach irgendwas mit tausend Freunden. Und die laden dann auch einfach mal Internationals ein, so komm mal mit, wir gehen, keine Ahnung, wir fahren zum Strand, wir fahren dahin. Weil in Australien ist es nicht ganz so leicht, ohne Auto rumzukommen und deswegen, das ist schon ganz praktisch, wenn man Freunde hat mit einem Auto. Auf jeden Fall. Ja, und deswegen, da kann man alles Mögliche machen. Ja, ich bin oft zu einem, es gibt da so einen großen Mall, so einen Shopping Mall und da hängen die viel ab und keine Ahnung, gehen was essen oder gehen zu einem Café. Was man dann eben so macht in dem Alter. Ganz genau, ja. Ja, cool. Also ich muss sagen, so wenn ich an Australien denke und ja, jetzt überlege so, ach, ich hätte da jetzt Schule aus, ich glaube, ja, also ich stelle mir immer vor, man geht einfach an den Strand und genießt einfach irgendwie so dieses Wetter, dieses Leben dort. Ja. Aber ja, klar, man ist nicht nur am Strand, ne? Es gibt auch noch andere paar tolle Dinge, die man dazu erleben kann, ne? Total, ja. Schön. Habt ihr auch irgendwie so, ich sag mal, richtige Aktivitäten zusammen gemacht? So was wie, also was man jetzt hier zum Beispiel vielleicht in Deutschland mal machen würde, Bowlen gehen, ins Kino gehen oder, weiß ich nicht, in einen Kletterpark oder sowas in der Art. Habt ihr sowas auch unter euch Freunden gemeinsam gemacht oder hat man sowas dann eher irgendwie mit der Gastfamilie gemacht? Wie war das so? Ne, das habe ich tatsächlich auch mit Freunden gemacht. Ich habe größtenteils sowas mit Internationals gemacht, weil ich muss sagen, in Australien ist es nicht so der Standard, den ganzen Tag irgendwas draußen zu machen. Die gehen viel einfach nach Hause. Und da war ich auch erstmal so schockiert, so, hä, ihr lebt in einem Megaland, so, macht mal was. Aber ne, die sind da ein bisschen strenger. Die Eltern sind da auch mehr, dass die Acht geben, dass die Kinder halt direkt nach Hause kommen und dann, was weiß ich, lernen. Und mit vielen Internationals habe ich sowas gemacht, wie zum Beispiel Karaoke. Oder ich war dann auch mal in so einem, das hieß Arcade, da kann man so Spiele spielen. Ja, oh wow, cool. So cool. Das war richtig cool. Und Kino war ich auch. Hab da den Barbie-Film geguckt. Ja, sowas. Ja, also dann auch doch so ein paar typische Sachen, die man eben zu Hause jetzt mit seinen Freunden auch machen würde. Total, ja. Ja, aber witzig, dass du das gerade ansprichst, dass die Australier da, ja, ich sag mal, was so Verabredungen angeht oder generell so Freizeitgestaltung nach der Schule gar nicht so aktiv sind. Weil das hört man wirklich immer wieder, ja, dass die da wirklich oft nach Hause gehen oder wiederum manche vielleicht auch sogar schon einen Nebenjob haben. Ich weiß nicht, ob du da auch so Erfahrungen mitgemacht hast. Absolut. Manche eben auch keine Zeit hatten. Und ich glaube, ich finde das gut, dass man gerade dann wieder auf die International zugegreifen kann. Genau. Denn auch da, glaube ich, können wir uns ja wieder vorstellen, wenn ich jetzt da lebe, war ich sicherlich schon mal in dem Zoo, der in der Nähe ist. Ich war bestimmt auch schon mal auf irgendeiner Farm und hab Koala gestreichelt. Ja. Ich hab vielleicht auch schon mal das ein oder andere Känguru gesehen. Und ich war wahrscheinlich auch schon an vielen schönen Stränden zum Sonnenaufgang anschauen oder so. Ganz genau. Dass die das dann jetzt nicht täglich machen oder da vielleicht nicht so großes Interesse haben, nochmal mit in den Zoo zu kommen oder so, kann man, glaube ich, einfach auch nachvollziehen. Total. Das ist verständlich. Finde ich auch. Und umso cooler, dass man dann ja wieder die Internationals hat, die genauso wie man selber auch sagen, oh, ich hab hier irgendwie eine Bucketlist und ich wollte unbedingt noch das und das machen und wahrscheinlich zehn andere zustimmen und sagen, oh ja, das wollte ich auch machen. Total. Das ist doch eigentlich super praktisch. Total. Ja, also genau wie du gesagt hast, für die ist das einfach nicht mehr interessant. Ja, und das ist auch okay, ne? Absolut. Also dafür kannst du halt mit denen andere Sachen machen, wie halt dann, keine Ahnung, nach der Schule mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und die gehen da dann auch immer, wir haben ja hier in Düsseldorf Jomaro, die haben da, das heißt Yochi und da gehen die dann nach der Schule. Blösen Joghurt essen. Genau, genau. Da gehen die dann immer hin und verbringen dann da einfach ihre Zeit. Aber wie gesagt, mit den Internationals kannst du wirklich alles anstellen. Super. Also wir halten nochmal fest, die Internationals sind super, das ist eigentlich total klasse. Ja, weil die einfach dieselben Interessen mitbringen, wie man selber auch einfach hat. Ganz genau. Die halten alle zusammen. Die hatten bei mir auch in Australien, jeden Freitag und Samstag hatten die immer einen Treffpunkt. Und es gab so eine Area, die war so schön, das heißt Burley. Und das ist ein, wie so ein Stadtteil und da ist einfach der schönste Strand, wirklich. Das ist so schön. Und wirklich, wenn du da nach der Schule hingehst, da triffst du bestimmt 20, 30 Internationals von allen möglichen Schulen. Wie cool. Ja, genau. Also deswegen, da lernst du wirklich die meisten Leute kennen. Und jetzt kenne ich wirklich Leute in Italien und so, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ja, ich glaube, das finde ich halt auch so schön. Also ich meine, du kommst dann zurück nach Hause und ich glaube, viele denken so, ja okay, du kennst jetzt ein paar Australier. Aber du kennst nicht nur ein paar Australier. Also du hast vermutlich Freundschaften geknüpft mit Leuten, die irgendwie verteilt auf der Welt wohnen. Wie cool ist das eigentlich, oder? Absolut. Total, ja. Voll schön. Ich meine, man kann irgendwie, also wenn du vorhast, nach Italien zu fliegen, dann hast du wahrscheinlich irgendeinen Kontakt, wo du sagen kannst, ey, übrigens, ich mache bald irgendwie eine Reise nach Italien. Bist du da, können wir uns treffen. Genau, ja. Finde ich so schön. Also das bringt ja auch nochmal ganz viele Vorteile mit sich, wo man vielleicht auch im Vorfeld, wenn man an seine Planung, an das Auslandsjahr denkt, gar nicht so drüber nachdenkt. Ganz genau. Also ich weiß nicht. War dir das vorher klar, dass das so kommen wird? Nee, gar nicht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Aber dann, als ich da ankam am ersten Schultag, da habe ich jemanden aus der Karibik kennengelernt. Ich dachte mir so, wow, wie cool. So ist ja noch cooler als aus Australien. Und mit der bin ich so gut befreundet. Ich bin dann sogar mit der im Endeffekt zusammengezogen. Die war dann meine Gastschwester. Und das war so cool. Also wir haben dann auch noch einen Trip nach Sydney gemacht. Schön. Wir waren so gut befreundet und die will ich auch bald mal besuchen, hoffentlich. Ja. Sehr cool. Ja, also hattest du eine gute, ausgelastete Freizeitgestaltung, würdest du sagen. Absolut. Total, ja. Hast du noch irgendwelche besonderen Tipps für zukünftige Teilnehmer, die gerade noch vor ihrem großen Abenteuer stehen und sich vielleicht auch noch so ein paar Gedanken machen? Ja, ich würde einfach sagen, seid total offen. Und ja, sagt wirklich Ja zu jeder Opportunity, die ihr habt. Und einfach alles mitnehmen, was geht. Das ist genau. Alles, was klappt. Alles zu allem Ja sagen und wirklich Spaß haben und ja, einfach genießen. Ja, also vielleicht auch nochmal wirklich so diese Möglichkeit oder sich vor Augen zu führen. Ich bin nur jetzt da. Und es bringt vielleicht nicht zu sagen, ja, wenn das nächste Mal jemand fragt, dann gehe ich vielleicht mal mit. Nein, mach es direkt, nutz die Chance. Wirklich. Ja, desto mehr hat man nachher wirklich einfach erlebt und desto mehr tolle Erinnerungen nimmt man ja auch wieder mit nach Hause, ne? Total. Und noch was ist, die Zeit geht verdammt schnell vorbei. Also ich kam da an und ich dachte mir so, sechs Monate ist echt lang. Ich dachte schon, vielleicht gehe ich doch nach drei Monaten zu Hause. Aber nein, ich habe im Endeffekt verlängert. Also wirklich, man muss wirklich total genießen, weil es geht so schnell vorbei und ja. Wie war das denn mit deiner Gastfamilie? Hast du über die vielleicht auch noch Freunde kennengelernt? Also waren die mit irgendjemandem befreundet, der dann auch Kinder in dem Alter hatte oder so? Ja, also tatsächlich, meine Gastfamilie hatte zwar junge Kinder, aber die haben mir wirklich sehr viele Freunde gefunden. Und zwar, weil die beide auch noch recht jung waren, waren die sehr aktiv in so einer Community. Das heißt Bahá'í-Community. Das ist so eine kleine Religion. Und die haben so ein Community-Center da. Und da haben die mich einfach mehrmals mit hingenommen. Und da habe ich dann total viele Leute in meinem Alltag kennengelernt. Und tatsächlich habe ich dann jetzt auch dort einen Freund. In Ostskalien. Ja, genau. Das hat einfach super geklappt, weil die meinten zu mir, dass ich einfach Leute kennen soll, die ein Auto haben, damit ich mehr rumkomme. Und damit ich auch mal, keine Ahnung, irgendwo hinfahren kann. Irgendwie in die Berge oder in den Regenwald oder so. Und dann haben die mich halt mit ein paar Leuten so zusammengetan. Und die hatten alle Autos. Und seitdem hat das so gut geklappt. Und dann habe ich halt ihn kennengelernt. Und er hat mich wirklich überall hingebracht. Er hat mich dann auch manchmal von der Schule abgeholt. Und so. Das war echt cool. Ja, krass. Also ich meine, du bist jetzt wieder hier zurück in Deutschland. Und ihr führt jetzt dann eine Fernbeziehung. Genau. Er war tatsächlich auch schon hier und hat sich das hier alles angeguckt. Das war total krass für ihn. Er war noch nie in Europa. Okay. Und das ist tatsächlich sehr typisch für Australier. Die gehen meistens nie aus Australien raus. Warum auch, ne? Also verstehe ich. Ja, stimmt. Und ist auch so weit weg. Von daher macht es Sinn. Aber das war total krass für ihn, hier zu sein. Und es war einfach mega cool. Genau. Ich hoffe, der kommt bald wieder. Und ich hoffe, ich kann auch nochmal bald hingehen. Ja. Boah, da drücke ich dir auf Hilfe ganz, ganz fest die Daumen. Danke. Wie hat ihm das denn gefallen in Deutschland? Also was sagt er so, wo du herkommst, wie du so lebst? Also, er fand es total cool. Er hat am Anfang immer zu allem gesagt, weird, weird. Ist alles weird. Und ich so, komm, gib dem Ganzen nochmal eine Chance. Weil der kennt halt das ganze Alte nicht. So, dass Sachen seit tausend Jahren hier sind und so. Das gibt es halt dort nicht. Und das war total komisch für ihn einfach. Und halt auch die Sprache natürlich. Ja. Aber er fand das so mega, wie alles so nah in Europa ist. So, man kann mal eben nach Italien flitzen oder nach Frankreich oder nach Holland. Und das hat total Spaß gemacht. Wir sind die ganze Zeit am Reisen gewesen. Schön. Ja, es hat ihm echt gut gefallen. Und er will auch unbedingt hier eigentlich studieren. Okay. Und deswegen mal sehen, ob das klappt. Und ja. Wahnsinn. Wie cool. Ja. Ja, also ich glaube, ich meine, da träumen, glaube ich, viele von, oder? Ja, also kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Total. Also ich glaube, viele, die so ins Ausland gehen, denken sich schon so, ach, wie cool wäre das, wenn ich vielleicht da irgendwie jemanden kennenlerne oder so. Und ja, bei dir ist es dann wirklich genau so gekommen, ne? Ganz genau. Wart ihr denn dann auf derselben Schule? Habt ihr da auch mit euren Freunden dann viel gemeinsam gemacht? Wie war das so? Also tatsächlich nicht. Wir waren nicht auf der gleichen Schule. Aber wir haben uns einfach immer nach der Schule getroffen. Der hat mich dann einfach mitgenommen mit seinen Freunden. Und ich habe denen dann auch immer meine Freunde vorgestellt. Vor allem die Internationals. Der fand die auch total interessant. So Leute aus Italien und sowas. Und wir haben dann immer total viel unternommen und sind irgendwo hingefahren. Und keine Ahnung, wir waren dann auch mal wandern in den Bergen. Das war auch so schön. Und so haben wir einfach unsere Zeit verbracht. Und dann bin ich natürlich auch mit ihm zum Abschlussball gegangen, weil er halt seine Schule dann fertig gemacht hat. Und in Australien ist man ja im Oktober fertig. Da macht man ja Abi. Und dann war ich eben bei ihm bei diesem Formel, heißt das. Und das war wirklich ein Traum. Das war so cool. Ja, ich glaube, da träumen auch viele von, oder? Ja, wirklich. Das ist so ein Ziel, was man sich setzt, wenn man es irgendwie schafft, mit zum Abschlussball zu gehen. Genau. Ja, ist dir auf jeden Fall gelungen, ne? Ja. Das ist hoffentlich eine ganz schöne Erinnerung, finde ich. Absolut. Sehr cool. Ja, Wahnsinn. Also das habe ich auch noch gar nicht so oft gehört. Aber umso schöner eigentlich, auch zu sehen, dass es klappen kann, ne? Ja. Also vielleicht macht das jetzt auch nochmal so ein bisschen Hoffnung, manche anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, ne? Oder ich glaube, dass man ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen ins Auslandsjahr geht und sich direkt irgendwie vornimmt, auf gar keinen Fall möchte ich hier irgendwie jemanden kennenlernen. Oder sei es auch mit Freundschaften, ne? Ich möchte jetzt hier nicht die beste Freundin oder den besten Freund finden, weil man ja eben doch immer im Hinterkopf hat, ich gehe halt wieder zurück, ne? Genau. Und man sieht sich dann eben nicht mehr mal eben so, ne? Genau. Aber ich finde, du bist das beste Beispiel dafür, dass es ja gut funktionieren kann. Ja, total. Sehr cool. Was mich jetzt abschließend vielleicht so zu dem Thema noch total interessieren würde, hast du noch mit manchen Leuten Kontakt aus deinem Auslandsjahr? Ja, total. Also wirklich. Ich habe echt viel Kontakt noch mit denen, größtenteils mit Internationals, aber auch noch mit ein paar Australiern. Wirklich? Ja, und man sieht halt auch immer deren so Instagram-Story und so und dann denkt man sich, oh wie cool, den schreibe ich doch nochmal so, einfach mal sagen, wie geht's und so. Und ja. Total schön zu hören. Also ich glaube, ja, das ist wieder das beste Beispiel so dafür. Guck mal, das kann klappen. Und man kann sogar, wenn man ja doch recht weit auseinander ist, ne? Irgendwie im Kontakt bleiben, wenn man das denn dann möchte, ne? Absolut, ja. Ja, und wer weiß, vielleicht seht ihr euch ja auch irgendwann mal wieder. Hoffentlich, ja. Sehr cool. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass du diese ganzen Fragen beantwortet hast und uns da nochmal so einen kleinen Einblick gegeben hast, wie es zumindest bei dir so geklappt hat, jetzt gerade mit dem Beispiel Australien. Und dass du da auch vielen anderen jetzt nochmal ein bisschen Mut gemacht hast und sicherlich die ein oder anderen Sorgen auch genommen hast, ne? Genau. Dass es eben halt auch ganz normal ist, dass man jetzt nicht in der ersten Woche gleich irgendwie die ersten zehn Freunde hat, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal schön zu hören, dass sich andere dann auch nicht so alleine fühlen, ne? Wenn es bei denen eben auch nicht ganz so klappt, direkt zu Beginn. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mir total viel Freude gemacht. Und genau, damit ihr nichts verpasst, abonniert sehr, sehr gerne unseren YouTube-Kanal und folgt uns auf Spotify. Und ja, wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt, gerne natürlich auch auf TikTok. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann.